Wir schreiben Fashion Woche 1 nach dem Ableben von Chanel Fendi-Legende Karl Lagerfeld. Und doch, der Modezirkus zieht weiter. Am Montag geht in Mailand die Milan Fashion Week zu Ende. Am Wochenende zeigten Dolce und Gabbana in ihrer Eleganza-Show, was Frau in der Saison Herbst-Winter 1920 so alles tragen könnte. Domenico Dolce und Stefano Gabbana kleiden ihre Kundin in schwarz-weiße Kreationen in Anlehnung an die Herrenmode der 20er und 30er Jahre, in Mäntel und Nachtgewandungen aus Satin und Chiffon. Leoprint und Blumenmuster auf Jacken, Röcken und Kleidern waren zu sehen, auch auf Strumpfhosen und Schuhen. Am Ende zeigten die Designer ihre Interpretation des kleinen Schwarzen, und sich dann noch selbst für einen Augenblick dem Publikum.